Das ist Ihr Versicherungsfunk-Update für Mittwoch, den 4. Oktober, präsentiert von eBepro. Die Lösung für bestandene Provision. Allianz verlängert Beete und Wimmer. Der Aufsichtsrat der Allianz SE gab folgende Neuerungen im Vorstand der Allianz SE bekannt. Das Mandat von Oliver Beete als Vorstandsvorsitzenden wurde erneuert und bis zur Hauptversammlung im Jahr 2028 verlängert. Das Mandat von Andreas Wimmer als Vorstandsmitglied verantwortlich für die Lebensversicherung und das Asset Management wurde ebenfalls erneuert und für einen Zeitraum von 5 Jahren verlängert. Signale Duna und Deutsche Ring Produktpalette verkünden Beitragserhöhungen für 2024. Signale Duna inklusive der Produktpalette des Deutschen Rings hat die Beitragserhöhung für das Jahr 2024 im Neugeschäft bekannt gegeben. Während eine Vielzahl von Beiträgen eine Erhöhung erfahren wird, erfreuen sich einige Produkte weiterhin stabiler Beiträge. Hanse Merkur verkündet Beitragserhöhungen und Stabilität für 2024. Frische Neuigkeiten aus dem Hause Hanse Merkur. Während einige Tarife für das Jahr 2024 Beitragserhöhungen erfahren, bleiben andere stabil. Besonders auffällig sind die Tarife KVT 500, der eine Anpassung zwischen 10 und 11% erleben wird und KVT 1000, der mit einer Spanne von 8% bis 14% erhöht wird. Der Tarif ACP bleibt hingegen beitragsstabil. Gotha Krankenversicherung gibt Beitragserhöhungen für 2024 bekannt. Die Gotha Krankenversicherung hat kürzlich eine Anpassung ihrer Beiträge für das Jahr 2024 angekündigt. Betroffen von den Beitragserhöhungen sind die Tarife MediComfort, MediStat 1SB und MediStat 1BO. AXA Krankenversicherung plant Beitragserhöhungen für 2024. Eine neue Ankündigung der AXA Krankenversicherung hat die Aufmerksamkeit der Versicherten erregt. Ab dem 1. Januar werden die Beiträge für ausgewählte Tarife erhöht. Konkret sind die Tarife EL Bonus U, Active Me U und Vital 900 U betroffen. Allianz PKV kündigt Beitragserhöhungen für 2024 an. Die Allianz Private Krankenversicherung hat angekündigt, ab dem 1. Januar die Beiträge für eine Reihe von Tarifen zu erhöhen. Betroffen sind dabei die Tarife AM90PU, AMB90U, AMB90PU und AMB90U. Und das war Ihr Versicherungsfunk-Update für Mittwoch, den 4. Oktober, präsentiert von die Bepro. Die Lösung für Bestand und Provision.